Ort steht davor hier in die Richtung in die Richtung ok stimmt nicht da rein genau ich weiß wo wir lang müssen Betty hier die in die in die bringt gar nix deshalb werden wir uns das auch schön schön schnell schauen dass wir die los werden das wird lustig ich freue mich schon auf die bpc hier ist das wird richtig lustig aber auch da die kette hier ist wenn die hier ist aber da muss man wirklich vorher mal schauen wie die ganzen poste ach jetzt zeigt mir gerade fluch an sagt und ich hab die jetzt hast du gerade fluch auf dir oder das ist aber egal das ist so ein schmarrn fluch den der einfach nix bringt den kann ich nicht aufnehmen ich kann nur gift und krankheitseffekte aufheben ach ich bin grad ich bin gerade noch beim leisten ein bisschen einstellen so einmal so einmal hier einmal hier bitte mein mir aggro lassen das ist mein aggro ich werde zum zum aggro und zwar volle kanne aggro und da ist wieder ein fluch auf die aber ich hab dich ja nicht anvisiert das ist mein problem du brauchst du mich nicht anvisieren dafür ja doch um fluch aufzunehmen schon ich habe mir jetzt nur drei maustasten eingestellt bis jetzt ach so ok ich würde es aber auch einzeln machen dass du das machen kannst das lohnt sich nämlich schon das lohnt sich nämlich schon soll man die hier neben killen ja nachher ich weiß nämlich nicht ob die die alle pullen deshalb da bin ich mir nicht sicher weil wenn die die wirklich nach alle pullt haben sind es nämlich ein problem wie vorhin aber jetzt ist die indien low level für uns nicht wie vorher aber hier wirklich nur den ersten boss mehr lohnt sich nicht da versuchen wir einfach nochmal eine indien zu kriegen wenn nicht wenn man glück hat kriegt man halt ach wie wäre es wenn wir einfach mal wieder ein bisschen questen wenn wir so viel indies gemacht nö questen will ich ja ich will jetzt erst noch ein paar indies machen das macht mir einfach viel mehr spaß als dieses questen finde ich das questen kann man später irgendwann auch noch machen oder ja oder wir können natürlich schon mal questen wieder ja es kommt ja auch auf die zeit dann noch an weißt du das werden wir ja gleich sehen wieviel zeit wir noch haben weil letztes mal hat die inhalt wirklich alles randvoll ausgefüllt deshalb ja ne weißt du es nur diesen boss machen dann ist was anderes bäääääms sterbt gz gz ist da jemand aufgestiegen keine ahnung ich habe nur nichts mitbekommen ich sehe ja nicht wenn hinter mir jemand aufsteigt und ich war es nicht ok aber gut jetzt weiß ich auch wie man diejenigen hier recht schnell umzügt werden das ist gut dass man nicht diesen könig legen oder killen muss für für den erfolg eh nein für den erfolg schon aber für ähm für die für den abschluss dieser instanz ich glaube das haben sie absichtlich so gelegt so ich werde mich jetzt mal da runter stürzen smash smash erst mal kurz alles dann jetzt geht's weiter jetzt geht's auf jetzt geht's weiter jetzt geht's auf du kein mana brand kasten wo habe ich denn die moment habe ich das nicht da rein zu recht weiß und gehört da noch rein kommst du bitte wieder zu mir du 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 hast du hast dazu kein recht zu casten und zauberte sphäre gier schildhand das wollte ich eh ich wollte eh mit doppelhändig jetzt machen naja irgendein typ kämpft noch ach man und ich habe einen schlüssel gefängnis zellen schlüssel habe ich bekommen sehr schön aber ist wir haben ihn noch nicht geschafft oder ähm nein telefon man hört es mal wieder aber ich kann es nicht dran gehen ich habe gerade keine zeit warum das weil das von meiner schwester ist nicht für mich wahrscheinlich ach so wie letztes mal ne mhm oh 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 das sind hunde man müsste die alle pullen ich habe nichts gepullt ich weiß es nicht wir haben den boss schon gelegt wir sind schon durch eigentlich aber wir sind nicht durch dann werden wir noch mal ein paar bosse killen müssen hier aber welchen boss haben wir dann letztes mal gekillt weiß ich nicht was er hm was war denn das für ein boss aber eigentlich war es doch der boss oder ach nee hm dann werden wir halt hier noch ein bisschen schauen dass wir die anderen auch noch kriegen aber der falsche knopf oh ich guck gar nicht auf meinen mana du solltest vielleicht ein bisschen besser hinschauen weil du hast nur noch 1200 oder 1000 und was bis 2000 oh ich habe wieder pass vom auktionshaus vielleicht habe ich noch mal ein paar hundert gold oder ein paar tausend gratis geschenkt für irgendwem oder ein paar tausend gratis geschenkt für irgendwem wär auch mal ein daten oder ja natürlich so 4000 so 5000 gold so ungefähr für oder 10.000 gold dann kann man sich gleich sobald wir auf äh können wir uns sofort das schnelle fliegen leisten sobald wir Stufe 70 sind äh ich und du bräuchte da bräuchten wir 20.000 gold wenn uns jemand schenken würde wenn uns jemand schenken würde also ich wär einem sehr verbunden ja wir würden uns gut zur Verwendung bringen level up du könntest mir was schenken ich bin ja erst drei viertel ach nein wir haben ja gesagt wir wollen nicht wir wollen ja später ein anderen level ich weiß jetzt gar nicht was ich machen soll Schmerzunterdrückung ich weiß schon immer was ich skillen will komm her so irgendwelche netze haben die hier aber was macht der mage da dann werden wir wohl diesen Gang hier vorne auch nochmal durchmachen müssen aber warum galt das das letzte Mal da war das auch doch der Boss den wir gekillt haben vielleicht muss man die drei Bosse killen wir können auch einfach rausgehen nö wir wollen ja den Bonus haben wir warten noch bis du level up bist das dauert noch ein bisschen Schmiedekunst ach Arschloch ich warte jetzt erstmal bis mein Schild so weit ist jetzt man wartet Felix bis ich pull ich werde das Akku jetzt erstmal nicht wegnehmen mach doch ich krieg's so viel so oder er geht drauf ok das ist jetzt das ist mein Recht da bestehe ich drauf hm ich warte ja absichtlich auf die Abklingzeit meines Schild des Rechers damit ich damit ich gleich Agro machen kann und Schaden machen kann wenn du wenn du mage pullt lynch King obwohl die Hälfte noch nicht bereit ist hm ja er findet super dass du pullen kannst natürlich ist auch gut so wo hat denn der jetzt schon wieder einen aus dem ist hier gleich die Gefängnistür die du aufmachen kannst richtig öffne die mal ok ok da ist nur ist Jazz drin was macht der super was hat das jetzt gebracht keine Ahnung du hast ein Gefängnisschluss verwendet wahrscheinlich hat bei für irgendeine Gefängniss hätten das wahrscheinlich gebraucht hm keine Ahnung so meins ah das ist doch schön ich muss nur aufpassen ich zu Recht weisung sieht H genauso aus wie diese oh hier ist auch noch meine Zellentür ja ah ich habe immer noch einen Schlüssel ja der ist glaube ich dauerhaft mach mal auf ist irgendwas wichtiges drin Mensch das drüben ist noch eine aber die kann ich nicht aufmachen die kann ich nicht aufmachen ok dann ist egal ähm wer hat schon wieder gepult und oh nein Ohn hat keinen Schaden hat nicht gepult das war der Mage wieder aber Ohn hat Schaden genommen ja ich seh doch wenn jemand Schaden nimmt ich seh aber ich seh wenn jemand Agro hat ja das seh ich auch du siehst es ja ich seh es ich seh das dank Healbot so 3 2 1 den will ich mich mit haben na Boss so warum mach ich Weih nicht drin weih nicht drin weih nicht drin das nervt ich will Weih drin haben sonst mach ich so wenig Damage Damage ist ja das allerwichtigste Vergiftung Stimmt Vergiftung könnte ich dem auch mal drauf fahren ich hab ich jetzt gemacht egal was bringt denn eigentlich das andere Schild bringt das Schild viel was ich dir eigentlich immer gib da dieses andere ich weiß es nicht hui ein neuer Schild 206 Rüstung boah neat der andere ist dann natürlich nur greed so das Schild das ist richtig das hat 300 Rüstung 2 Stärke 2 Ausdauer und 2 Ausdauer das ist richtig gut diesmal stoppen ich dreimal Stoff schultern sondern mal was anständiges ein Schild oder sowas das finde ich gut voll sozial äh was ich aber nicht sozial finde ist dass die mich entwaffnen aber gut dass die meisten meiner Fähigkeiten Schild sauber sind haben wir des Zorns äh komm schon 1 du wie haben wir wie hat der das geschafft nur einen von denen zu pullen kann und dann rein solange du noch Schild hast ja ja ach nur die sind ein bisschen weiter weg ok so mein aggro mein aggro das haut der einfach ab obwohl ich's aggro hab das gefällt mir nicht wer ist denn Anubis keine Ahnung wieso ach das ist der Hund weil er genau so viel Life hat wie du ach so ok wir könnten hier reinschauen aber ich glaube hier ist noch ein Boss irgendwo oder ähm ja in der Mitte ist ein Boss hier den killen wir danach erst killen wir den Boss hier draußen den Boss hier draußen haben wir schon gekillt da sind zwei Boss oder nein da ist nur einer aber da ist irgendwas mit das Reingehen auf ok dann geh mal rein ich frage mich warum wir den diesmal machen da da oben ist doch eine Tür die ich öffnen kann ist doch egal lasse bleiben ok Bluthunde kommt her Vorsicht zieh wieder raus der Boss kommt gerade angelaufen ja ja ah ok er läuft dann nur da hinten rum jetzt kann man die anderen ziehen ja ich brauch nur mein Schild wieder sonst kann ich da nämlich mich pullen so smash wer ist denn mal so freundlich das mal einzusetzen ok schwarzer diamant ok schwarzer diamant bereit machen ich bin eh bereit gut ich muss nur ganz kurz 3 2 1 weil sonst krieg ich das Akku von den Pads nicht das ist das Problem und das will ich schon haben im Normalfall so kommt kommt her kommt her stimmt ich hab manchmal gar nichts zu tun mit Fähigkeiten ich hab fast zu wenig Fähigkeiten ja ich hab dich mit 3 Fähigkeiten durch das Ding gebracht durch die Inni? ja richtig also eigentlich nur mit 2 Syrien habe ich so gut wie nie gebraucht mhm Moment das dürfte der letzte sein den wir noch brauchen glaube ich zumindest mal mit den anderen die wir das letzte Mal hatten das müsste der Boss sein den wir brauchen Bouts ja nein jemand mag mich habe ich errungen warum mag dich jemand? weil ich ehrfürchtig bin ach dann werde ich mal mein äh Tabat ausziehen ok aber trotzdem das hat uns nichts genützt wir müssen uns noch mal laufen wie ah hier ist ne schwule ok aber da kommt man nicht hoch ist nur ne riesenschraube wie komm wo ist der nächste Boss? der nächste Boss müsste ja müssen wir uns runter porten eigentlich wie runter porten? mit diesem äh Bohrer echt? wie geht das? oder? ja mit diesem tiefen Bohrer am Eingang ja das geht natürlich auch aber ich glaube es geht ganz mal näher dran egal rennen wir hier nochmal durch ich weiß ich weiß ich weiß wie